Hallo und herzlich Willkommen, hier ist wieder euer Preya mit einer weiteren Folge zu Fallout 4. Ja, machen wir mal weiter an der Stelle, wird nix. Doch, eigentlich ist schon was los. Ich hatte ja letzte Folge gesprochen, dass wir unsere Rüstung upgraden wollen. Weiter haben wir letzte Folge gesehen, dass ein Minute Man mit einer Power-Rüstung davon gelaufen ist. Hm, tja, das Ding stand hier und ist nicht mehr da. Der Typ hat einfach mal unsere Power-Rüstung geklaut und ist mit allen unseren tollen X01-Teilen davon gelaufen. Ja, geht mir ziemlich auf den Sack. Ich hab dann nochmal versucht, ob ich den Typ irgendwo finde. Tja, nix war's. Somit hat sich das mit Power-Rüstung-Upgraden leider erledigt. Aber nun gut, eine Sache möchte ich trotzdem machen. Und zwar möchte ich gerne hier optimierter Kern. Das möchte ich umbauen auf Jetpack und möchte das Ganze dann mal ausprobieren. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ähm, auf jeden Fall blub blub, nukleares Material und so weiter. Das bauen wir mal. Gut. Denn wir wollen jetzt ja irgendwie da im Leuchtenmeer und so einen Kackkrater oder eine Fabrik uns anschauen. Da hätte ich mir gedacht, machen wir das. Wow. Lol. Nice. Machen wir das mit der Power-Rüstung. Deshalb würde ich die gerne mitnehmen. So. Somit einsteigen, Jungen. Ähm, genau. Und übrigens habe ich gelesen, ich hätte das wahrscheinlich vermeiden können, dass mir die Rüstung geklaut wird, indem ich den Fusionskamm rausgeleite. Wenn da keiner drin ist, klauen die die anscheinend nicht. Um das Jetpack zu finden, halte Space gerückt, wenn du in der Luft bist. Okay. Wow. Holy shit. Lass mich das gerade nochmal schnell testen. Fuck, man. Holy cow. Mh, hi, hi. Scheiß die Wand, dann ist das geil. Ja. Ja, nice. Das Ding verbraucht halt übelst viel, äh. Woo. Yeah, man. Come on. Alter. Nice. Nice. Okay, Fusionskerne kann man damit extrem verbraten, aber ich finde es trotzdem nice. Hahaha. Geile Sache. Cool, cool. Ähm, genau. Ähm, weiter, wie ich kurz nach der Folge dann nochmal rumgelaufen bin, hat sich auch das Ganze mit Virgil ergeben. Ähm, also es kam eine Meldung, sie nach Virgil, also es scheint jetzt soweit zu sein, ähm, dass der irgendwie bereit ist, uns wieder zu treffen. Ich würde jetzt aber ganz erst schnell hierhin gehen und dann machen wir jetzt nochmal nochmal so. Also, mein Imitar, also, mein Imitar, sollte eigentlich, ja, in Ordnung sein. Passt. Also, mein Imitar, also, mein Imitar, also, mein Imitar, also, mein Imitar, also, bitte. Na, wie wär's? Hier. Noch nicht entdeckt? Aha, ja, dann. Dann nehmen wir das hier. Auch gut. Kann ich auch mit leben. Können wir bitte aus der Strahlung raus? Ich fühl mich echt wies. Jetzt gehörst du. Tja, okay, damit musst du leben. Na, lass mir hier mal... Diese Richtung. Legendärer... Ah. Ah, der Typ müsste runterkommen. Aber das wird er wahrscheinlich nicht machen. Ah, kack. Oh, der hält ganz schön was aus. Das war schon ein kritischer Treffer. Oh, Gegner ist mutiert. Äh... Machen wir jetzt mal so. Okay. Ich seh den gar nicht. Ach, scheiß drauf. Ich komm da... So bist du ja nicht hoch. Zudem. Ähm, um ihn zu looten. Oder will gar nicht hoch, um ihn zu looten. Deshalb... Äh... Die Kackdinger hier. Ach, verdammt. Einfach mal weiter hier. Hier. Ne. So. Wow, die hält ja ganz schön viel aus. Jetzt aber. Okay, this way. Ah, hier sind die. Okay. Ja. Very good. Mhm, 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 mhm. Okay. I see. What? Legendärer? Schön, dich wiederzusehen, Ritter. Du hast es ziemlich weit gebracht, seit du damals zum Polizeirevier Cambridge gekommen bist. Tja, natürlich. Weit in Sicht. What? Wo? 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 Kann nix erspielen. Ja, man. Wo ist euer Problem? Ich seh's nicht. Wie wär's? Geht's wieder? Nee, nicht. Immer noch nicht. Ähm. Lalala. Hier ist ein Bagger. Cooler Sache. Nur, ich hab euer Problem immer noch nicht gesehen. Haben wir das jetzt eigentlich, ja, entdeckt, dann scheiß drauf. Aber wir sind ja so und kommen später zurück. Dann sind die vielleicht resetet oder die haben die getötet oder ich weiß es doch auch nicht. Gut. Gut. Jetzt bin ich... Es sieht anders aus. Auf jeden Fall. Mal gucken. Willkommen zurück. Es sind nur Verbesserungen nötig, aber ich glaube, mein Serum war ein voller Erfolg. Okay, nice. Unglaublich. Wow. Unbelievable. Das ist ein bedeutender erster Schritt. Es kuriert trotzdem nur einen FEV-Stamm. Es wird Jahre, vielleicht Jahrzehnte dauern, meine Formel entsprechend anzupassen. Trotzdem gilt dir mein Dank. Du kannst gerne das Labor benutzen oder was von diesem Sport nehmen, wenn du möchtest. Ich muss noch einige Experimente durchführen. Entschuldige mich. Okay. Ich schütze uns denen. Tut mir leid, ich bin gerade ziemlich beschäftigt. Na gut. Okay. Hier unten war irgendwie eine Kiste. Ja, das nehmen wir mit. Den Rest bauen wir, glaube ich, nicht. H-Klammer und Psycho. Ja. Und sowas hier. Ja, 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 ja. Okay, okay. Gut, gut. Na, die Stachel. Vielleicht. No. Das soll mir reichen. Ja, ja, du schützt und dienest. Ist mir enorm, ist enorm. Gut, somit hatten wir das hier auch abgeschlossen. Und dann jetzt mal hier. Ähm, versucht der Zweite, ob ich mit diesem Typen reden darf oder nicht. Schön, dich wiederzusehen, Ritter. Na, geht doch. Du hast es ziemlich weit gebracht, seit du damals zum Polizeirevier Cambridge gekommen bist. Bla, bla, ja, ja. Ähm. Jo. Danke, Halen. Ich hoffe, der Laden läuft noch. Wir tun unser Bestes. Die Sins haben uns gelegentlich angegriffen, aber bisher konnten wir sie immer zurückschlagen. Dank der Verstärkung und der Luftunterstützung ist die Basis ziemlich sicher, würde ich sagen. Hm, jo. Das überrascht mich gar nicht. Immerhin ist sie in guten Händen. Ich weiß das zu schätzen. Wie dem auch sei, ich weiß, dass du keine Zeit für Smalltalk hast. Also machen wir uns an die Arbeit. Ich habe die Männer die nötige Ausrüstung aufbauen lassen, um deine Position zu bestimmen, wenn du die Bomben gefunden hast. Wir haben diesen Notruf-Sender so angepasst, dass er auf einer bestimmten Frequenz sendet, die wir überwachen. Wenn du die Bomben gefunden hast, dann platziere dort einfach den Sender, den Rest erledigen wir. Danach solltest du vermutlich zu Proctor Ingram zurückkehren und ihr Bericht erstatten. Gut. Gut. Das hört sich jetzt nicht so schwierig an. Ah, nein. Nein, ganz und gar nicht. Du begibst dich ja nur wieder in den lebensfeindlichsten Ort im ganzen Commonwealth. Ich weiß, dass du schon mal im leuchtenden Meer warst. Aber denk daran, den Geigerzähler im Auge zu behalten, okay? Ansonsten würde ich die Strahlung von innen heraus beraten. Viel Glück, Ritter. Ich finde das Bombenlager. Ich glaube, wir kriegen Strahlung ab. Nein, das wird sich nicht vermeiden lassen. Diese Richtung hier, oder? Ja, passt. Ich nehme mal an, wir werden wieder einigem Gezeugs über den Weg laufen. Schauen wir mal, was uns erwartet. Wahrscheinlich ein paar Skorpione, Todeskrallen. So, Zeugs. Ah, wenn man von Skorpionen redet. Den ersten schon gefunden. Wow. Alter, das Vieh. Erschreckt mich etwas. Oh, das hat sicher wehgetan. Lol. Da drüben war noch irgendwie so ein... Ja, den würde ich gerne töten. Wow. Oh, der war jetzt aber schnell. Gesicht in your face. Na. Down. Überraschung. Dafür bist du zufrieden. Wow. Leuchtender Ratskorpion. Auf die Mütze. Ja. Wie gesagt, bevor man es ausgesprochen hat, Skorpione und schon sind sie da. Gleich zuhauf. Und zum Meeren. Entschuldigt, Leute. Meine Stimme, mein Hals ist etwas demoliert. Aber der Winter. Der Winter. Da kann man nichts machen. Wow. Ich wollte dich karten. Ich sehe da... Oh, Todeskralle. In your Bauch. War mir nicht mal... kritisch. Und schon ist sie tot. Und... Nois. Nois. Noch wo? Ne. Ah, da unten liegt sie. Ist ja runtergefallen, oder was? Ja, hier weiter. Und es geht langsam die Munition aus. Naja. Dann können wir immer noch alternativ mal zu den anderen Waffen wechseln und die dann auch wieder umbauen zur Not. Auch die 45er Munition, wo wir ja noch einiges dann vor Ort haben. Heißt zwar ein bisschen weniger Schaden, aber... Man kann nicht alles haben. Mann, wieso? Kannst du nicht? Einfach. Ich weiß nicht, was da los ist. Okay. Dum-di-dum-dum. Okay. Gegner. Ähm. Den da. Down. So. Okay. Sieht aus wie eine Pyramide. Wächterplatz. Hm. Okay. Ja, wir müssen eh hier rein, so wie es alles hört. Ja, tatsächlich. Okay. Coole Sache. Sieht lustig aus. Sieht sehr lustig aus. Ach ja, hier stehen. Oder liegen. Mehr gesagt liegen. Atombomben rum. Okay. Da drüben ist auch irgendwas. Das können wir ziehen. Und hier ist auch noch was. Oh, hier ist ja noch mehr, so wie es aussieht. Na ja, jetzt gehen wir mal hier rein, auf jeden Fall. Als erstes. Ne, ich bin mal gespannt jetzt. Finde die Mark. Hast du nicht gesehen? Öffne die Tür. Ich sollte vielleicht mal speichern. Ich weiß nicht, was hier jetzt abgeht. Das sieht nicht gut aus. Ganz und gar nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was hier ist. Ich weiß nicht. könnte man rein hier kann ich nirgends hin ich könnte da theoretisch runterspringen will ich das ich glaube nicht ich glaube nicht hier könnten wir hier können wir nicht rein wir versuchen es mal auf dieser seite schauen ob wir da reinkommen können knopf dafür gibt es wohl immer kronkorken rinko strahlungsresistenz ja an einem ort wie diesen sicherlich angebracht terminal benutzen öffnen ja fehler muss was das wird so geht die tür nicht auf keine ahnung geht auf jeden fall nicht noch ein knopf aha hier war mal etwas noch so eine tür ja geht wieder nicht mhm hier ok die machen wir auf ja komm jo das wärs gut als nächstes werde ich mich auf die verdammten Schatten stürzen mhm 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 ist da vielleicht die Fusionskanone und so nee kann hier nicht ran ok Osten irgendwas hier ist ein Terminal vielleicht können wir da irgendwas machen Startsequenz abbrechen ja das klingt doch gut ok ok nice jetzt können wir die Türen aufmachen ok und Aufzüge benutzen ah ja ich hab zwar keinen Plan wo ich hin muss aber ähm hab ich hier irgendwie andere Quests an ich glaube eigentlich nicht die mich irgendwie irritieren könnten nö ähm ja I don't know einfach mal hier rumschauen das klingt irgendwie nach ja nach Ghulen naja klar Zeit Zeit wär etwas Spass ja mhm ok dort war mal irgendwas jetzt lebt es nicht mehr mhm ich hab keinen Plan wo wir hin müssen ich hab keinen Plan wo wir hin müssen die Marker sind auch jetzt nicht wirklich hilfreich wir gehen einfach mal da runter und schauen mal hier können wir lang hier sieht es nach nichts aus wahrscheinlich ne hier vielleicht looten und so ähm wo ne Schalp ok dass wir die Bomben nicht mitnehmen können oh legendäre Maulursratte gut Mutter ähm Kopf kritisch ok nice dies down na Klampf Klampf Flinte ja Kampfflinte ok coole Sache ok hier ist auch noch eine ghoul ghoul wow holy shit fuck wow wow halleluja damit habe ich nicht gerechnet lol einfach mal ne ganz kleine Armee die uns da entgegen gekommen ist irgendwo war da ein Legendary ok bist du ah hier ok nicht schlecht könnte schlimmer sein kann man vielleicht brauchen ich sollte mal speichern nochmal hier wow da wow wow das war echt übel das hätte ins Auge gehen können hier definitiv einfach mal so 10 ghoul vor dir ganz schön übel äh falsche Taste öffnen wir das mal nö für ein bisschen Munition oder so ja ok ok was war irgendwie umsonst gratis zwar gratis aber umsonst ist hier hier ist irgendwie da könnte was drin gewesen sein sind wir von hier gekommen keinen Plan ich sollte den Markern folgen ich glaube wir müssen hier lang na 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 wo was machst du da na 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 ja und jetzt hier nach hier lang hier lang hin wieder hier hand Ein Ghoul. Okay, legendärer Ghoul. Noch ein Ghoul. Okay, Feet. Es macht mich wirklich, wenn ich nass werde. Sauber aus jetzt hier. Dahinten ist noch ein Legendary. Springmesser. Okay. Also wenn man jetzt Nahkampf würde nutzen, wäre das sicher nice. Aber so ist es leider nutzlos. Genauso wie diese Sackgasse hier. Dann mal weiter hier in der Kalle. Go for the Kalle. Nein, go for the Atombom. So. Na. Hier geht's. Knopf. Keine Ahnung, was jetzt hier passiert. Können wir hier? Ah. Tür. Wow. Da lebt noch wer. LOL. Joll. Ja.